und damit herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal so wie ihr uns schwer am titel erkennen konntet werden wir heute ein bisschen likö herstellen beziehungsweise ich habe eine pulle vodka gekauft und die werden wir jetzt ein bisschen pimpen ich habe hier schon wie man sehen kann ein bisschen was umgefüllt damit hier die ganzen leckereien hier auch platz haben um das dann anschließend wieder hinzuzufügen also für jeden geschmack hätte ich dann die idee zumindest in dem fall sind zwei verschiedene geschmäcker lakritz zum beispiel hervorragend türkisch pfeffer einfach so 25-30 stück rein halbieren reinpacken reinlegen dann in den kühlschrank alle paar stunden mal so ein bisschen schütteln ein bisschen drehen dann innerhalb weniger stunden sagen wir mal so einen halben tag oder vielleicht über nacht hat man dann schön lakritzlikör so dieses mal wird das aber mit einem zwei machen habe mir 15 stück von jeder sorte rausgesucht und ich würde sagen ich sag mal echt also das ist wirklich ein schönes geschenk so ein kleines mitbringsel oder was besonderes für irgendeine party zum beispiel oder als geburtstagsgeschenk ist etwas besonderes und ja ist was feines kann man ja so nicht im laden kauf und dementsprechend ist was besonderes und wird sich jeder drüber freuen denke ich mal so ich knall die hier mal eben alle schnell rein und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder bis gleich so da ist er wieder so sieht der ganze spaß jetzt aus ich habe schon ein bisschen den restlichen wodka wieder hinzugefügt und wie man sehen kann innerhalb von ein paar minuten hat sich das schon ein bisschen fruchtiger gefärbt man sieht es ja da ist einiges drin dementsprechend könnt ihr euch vorstellen wie das ganze aussieht wenn es ja aufgelöst ist und wie es dann schmeckt und wie es dann halt auch ein bisschen noch kräftiger aussieht ja ach guck mal hier fliegt sogar gerade eine fliege rum naja ich würde sagen viel spaß beim ausprobieren könnten m2 nehmen oder wie gesagt lakritz oder so könnte mal einiges ausprobieren und falls ihr auch solche ideen habt gerne damit in die kommentare wir können uns gerne austauschen und ja vielleicht habt auch irgendwie so crazy shit am start ich freue mich auf jeden fall bei der nächsten party nach drecks corona das ding hier anbieten zu können guti dann sag ich mal viel spaß beim nachmachen und ciao